Yo, 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 was geht ab, meine liebe Russell-Bande? Ich hoffe, ihr habt ein nicest Wochenende. Ich auf jeden Fall, weil ich eine sehr busy Woche hatte, deswegen war ich auch nicht so aktiv. Jetzt mal wieder ein Video. Ich habe heute so ein bisschen durch YouTube gestoppt. Ach, was ich euch vorher noch erzählen muss. Ich habe mir letzte Woche für die, die Rap und sowas feiern, mal die alten Shitty Bang Alben gegeben, beziehungsweise es waren ja nur zwei Alben. Und die Alben sind Überkiller. Also wer noch nach geiler, neuer Musik sucht, es ist richtig so gute Laune-Musik. Ein bisschen Oldschool-mäßig. Mir ist das aufgefallen, weil ich habe das bei Spotify abgecheckt, weil letzte Woche ist auch ein neuer Track von denen rausgekommen, beziehungsweise die haben sich getrennt und es ist jetzt nur noch einer von beiden am Start. Ich glaube nur noch der Schwarze. Der macht jetzt neue Musik. Die neue Musik hört sich auch gar nicht mehr so gute Laune-mäßig, voranbringend-mäßig, nach vorne bringen-mäßig an, sondern eher so gechillt, so ein bisschen Kit-Katty-Style. Also wenn ihr was Neues sucht, gebt euch das einfach mal. Ihr könnt euch ja auch den neuen Track abchecken, aber wir kommen jetzt einfach mal zurück zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema war, ich habe mal wieder die Trends bei YouTube seit langem abgecheckt und da wieder so ein Video entdeckt, wo ich mir dachte, na, ist das wirklich so eine geile Idee, bekannt zu werden? Oder beziehungsweise warum tut man das so seinen Kindern an? Und ich muss euch erstmal die grundsätzliche Sache erzählen. Also es geht um so einen Kanal, der heißt Freaky Family Vlogs und da ist halt ein Vater mit seinen drei Kindern und der vloggt halt alles, was die zu Hause machen. Und das ist, finde ich, schon krass, wenn man seinen Kindern so, die sich noch nicht wirklich entscheiden können, ob die das wollen. Natürlich können sie sagen, nein, ich will das nicht, aber die wollen ja erstmal dem Vater imponieren. Und dass der das alles aufnimmt und im Internet veröffentlicht, da hätte ich gar keine Lust drauf, wie ich mir meinen ersten Milchzahn rausbreche oder wie ich mir mit meinem Kind, mit meinem Geschwisterkind irgendwas Scharfes reinschaufel und dann im Prinzip so ein Reaktionsvideo dazu. Ich weiß es nicht so, er will es halt, glaube ich, erzwingen, dass die Kinder bekannt werden und ich kann es nicht nachvollziehen, weil wenn die später mal, wenn YouTube später nicht mal läuft und die sich irgendwo bewerben, dann ist doch deren Leben voll im Arsch, wenn der Chef von denen das abcheckt und sieht, was die da damals für Videos gemacht haben, denkt er sich doch, so jemand kann ich nicht einstellen. Und das ist halt das Problem, also du kannst sie natürlich in irgendwelchen kleinen Jobs einstellen, aber wenn die irgendwann mal in größere Jobs fallen, wo man auch Verantwortung trägt, Führungspositionen hat und auch Vorbild ist, da kann man doch nicht sowas machen. Wenn meine Mitarbeiter dann abchecken, jo, was hat der Dude damals gemacht und die sehen da so Videos, wie ich mir meine Milchszene bei YouTube rausbreche und vor Freude rumspringe oder mir irgendwie Wasabi-Creme esse, die denken doch auch, der Junge hat einen Vogel, wie konnte er in die Position kommen. Und das ist, glaube ich, in Amerika generell so, dass die Eltern gerne ihre Kinder unbedingt bekannt machen wollen und dafür auch alles machen. In dem Film Bruno von Sacha Baron Cohen ist es ja auch so, da ist auch so eine Szene drin, wo er ein Kind braucht, was irgendwie in einer Schüppkarre mit ganz vielen Wespen umdrum fotografiert werden soll. Ich glaube, so war das irgendwie, bin mir nicht mehr sicher. Und da kommen halt auch richtig viele Eltern, das ist natürlich so eine Satire, die dann auch einfach zeigen soll, wie die Eltern alles machen, um ihr Kind irgendwie bekannt zu machen. Und das ist, finde ich, schon ziemlich krass, wie das da abgeht. Und sowas haben wir auch einfach in Deutschland mit, bestes Beispiel ist hier dieser Super Benjamin. Ihr könnt euch ja mal den Kanal angucken, der Junge ist 5, 6, 7 Jahre alt und der hat mittlerweile ja schon mehrere hunderttausend Abos. Und ich gönne es ihm auch, aber ich weiß es einfach nicht, ob es die richtige Entscheidung ist von seinen Geschwistern zu entscheiden, ja, wir machen für den Jungen jetzt auch einen YouTube-Kanal. Der macht das ja nur, um seinen Brüdern zu gefallen, oder beziehungsweise der macht es ja, weil er seinen Brüdern gefallen kann. Aber dafür ist das doch viel zu früh. Der Junge soll doch erstmal noch was draußen sehen, in all seinem Alter. Da bin ich damals noch, keine Ahnung, da bin ich damals noch regelmäßig rausgegangen. Ich gehe jetzt auch noch raus, aber da habe ich nicht daran gedacht, YouTube-Videos zu machen und irgendwie bei YouTube schon nach Kommentaren und Daumen nach oben zu betteln, weil das macht der Junge auch und ich weiß es nicht, ich fand es ein bisschen schockierend. Und sein Bruder, dieser Super Dennis, der steht ja auch hundertprozentig hinter, beziehungsweise pusht das Ganze natürlich auch. Es bringt natürlich auch gut Geld. Und ich finde, er kann auch ruhig in den Videos sagen, der Benjamin entscheidet sich dafür selber Videos zu machen, aber das kann er mir doch nicht erzählen. Der Junge, der will seinen Bruder einfach imponieren, denke ich mal, kann er, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich finde, das ist einfach zu früh, um so mit YouTube anzufangen und da muss man sich überlegen, ob das richtig ist und YouTube hat den Kanal von dem Super Benjamin ja auch schon mal gesperrt, aber der ist jetzt wieder zurück, keine Ahnung, wie die es gemacht haben. Auf jeden Fall finde ich das schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, kennt ihr irgendwie solche Leute, die ihre Kinder so unbedingt zwangsweise in irgendeine Richtung treiben wollen. Wenn ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das war es schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video.